Hallo ihr Lieben, heute komme ich mit einem anderen Thema zu euch, nicht wie sonst mit irgendeiner Anleitung oder irgendeinem Handarbeitsthema. Heute geht es um ein Thema, das mich seit dreieinhalb Jahren beschäftigt und was auch überhaupt nicht witzig ist, was doch sehr ernst ist und was ich seit dreieinhalb Jahren mit mir herumtrage. Ich hatte gehofft, dass ich drumherum komme, öffentlich darüber sprechen zu müssen, weil ich eigentlich nicht der Mensch bin, der meint, er müsste Konflikte öffentlich austragen oder irgendwelche Trennungsszenarien irgendwie zelebrieren oder so. Und eigentlich bin ich auch lieber so diejenige, die etwas humorvoller unterwegs ist und nicht mit so ernsten Themen permanent umzuschmeißen möchte. Aber es bleibt mir leider keine andere Wahl, da ich seit dreieinhalb Jahren von einem Mann nicht nur privat, sondern vor allen Dingen auch öffentlich drangsaliert werde, diffamiert, beleidigt, erniedrigt und gedemütigt. Und mittlerweile, beziehungsweise auch schon teilweise hat es auch schon vor dreieinhalb Jahren angefangen, ich beruflich immer wieder eingegrenzt werde und es an meine berufliche Existenz mehr und mehr geht. Und mittlerweile auch ein Schaden von weit über 10.000 Euro entstanden ist, die mir durch diesen Mann zugefügt wurde und auch weit darüber hinaus noch geht. Und das hat auch mit häuslicher Gewalt zu tun und mit Stalking und Cybermobbing und vielem anderem mehr. Ich werde einige Punkte hier in diesem Video heute nennen. Es geht darum, dass er fühlt sich halt im Verborgenen sehr sicher, das war während der Beziehung so, wo er vieles ausgenutzt hat, wo wir hinter verschlossenen Türen waren und wo keine Zeugen mit dabei waren. Und er sich dort sehr sicher fühlt und eben sich auch sehr gerne hinter zahlreichen Fake-Accounts versteckt im Internet, in den sozialen Netzwerken, um ihr das Leben schwer zu machen. Eben wie gesagt auch beruflich mittlerweile. Und ja, und deshalb, dadurch, dass es seit dreieinhalb Jahren nicht aufhört und auch seit der Trennung überhaupt nicht aufhört und ich weiter immer wieder angegangen werde, sehe ich es halt nicht länger ein, da auch Polizei und Justizeinsätze überhaupt nichts gebracht haben und ich weiter damit leben muss, sich überhaupt nicht ein, da auch in diesem Fall länger zu schweigen und es bleibt mir keine andere Wahl, öffentlich damit umzugehen und einige Dinge in der Öffentlichkeit zu schildern. Und deshalb werde ich jetzt diese verschlossenen Türen öffnen. Und ich weiß, dass es ihm sehr unangenehm ist und dadurch, dass es mir auch nicht angenehm gemacht wird, bleibt mir keine andere Wahl, als jetzt mal eben eine andere Sprache zu sprechen. Es ist eine Menge Inhalt, ich versuche das so kurz wie möglich zusammenzufassen, kann jedoch leider nicht versprechen, dass ich ein relativ kurzes Video daraus machen kann. Ich hoffe, dass ich trotz Stichpunkte, die ich mir hier gemacht habe, mich nicht verzettel und vom Hundertstel ins Tausendstel gerate, weil wie gesagt, das ist einiges an Inhalt, was ich eben auch über diese Beziehung berichten werde, weil es eben dann auch so ein Mischmasch war aus Privat- und Beruflichem. Und ja, ich bin etwas aufgeregt und hoffe, wie gesagt, dass ich dann nicht vom Hundertstel ins Tausendstel komme und mich dann dabei verzettel. Wie gesagt, es geht um eine Beziehung, die ich geführt habe. Ich habe diesen Mann während der Schulzeit kennengelernt. Wir sind einige Jahre zusammen zur Schule gegangen. Und wie das dann halt so ist, man verliert sich im Erwachsenenleben aus den Augen und wir haben uns dann im Erwachsenenleben irgendwann wiedergefunden und sind ein Paar geworden. Und es ist mir schon relativ zeitnah aufgefallen, dass, also je länger wir dann zusammen waren, dass es so einige psychische Auffälligkeiten gab. Und dadurch, dass ich ja einen sozialpädagogischen und auch psychotherapeutischen beruflichen Hintergrund habe, entsprechend geschult bin, sind mir so einige Symptome aufgefallen. Und es kam dann halt auch immer mehr zum Vorschein und zum, ja, ans Tageslicht. Emotionale Achterbahnen. Er kann von null auf hundert explodieren, aber auch genauso gut emotional abstürzen. Dann kommen Heulkrämpfe ohne Ende. Ich habe immer wieder auch suizidale Äußerungen von ihm gehört. Es sind Themen wie Drogen- und Alkoholmissbrauch, zum Beispiel Kokain, Speed und Ecstasy. Er hat, nachdem er von mir erfahren hat, dass ich nicht so unbedingt mit Drogen zu tun haben möchte, dann eben das relativiert. Nee, es wäre nur in der Vergangenheit gewesen, aber aufgrund seines Verhaltens habe ich mehr und mehr erkannt, dass es nach wie vor ein aktives Problem von ihm sein muss. Es gab auch mal ein Foto, was er während der Beziehung mir geschickt hat, wo am Rande ein kleines Spiegelchen auf seinem Wohnzimmertisch lag mit weißem Pulver drauf. Also ich denke mal, dieses Problem besteht weiterhin. Und ja, es hat immer wieder entsprechende Aggressionen mir gegenüber gegeben. Und es kam auch während der Beziehung regelmäßig zur Gewalt. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt in diesem Video Einzelheiten schildern. Ja, es kamen, wie gesagt, zu mehr und mehr Ausbrüchen mir gegenüber. Und eine Zeit lang habe ich immer noch an das Gute glauben wollen, weil er mir versichert hat, es täte ihm alles so leid. Und er würde sich definitiv um Therapie kümmern. Und jedes Mal, wenn ich ihn dann zur Rede gestellt habe, warum es bis jetzt immer noch nicht passiert ist und jetzt muss mal langsam was kommen, weil sonst ist es für mich irgendwann ein Trennungsgrund, kamen Argumente. Er bräuchte das alles nicht, ihm ginge es gut, er hätte nichts. Und die Welt wäre doch in Ordnung. Und ich wäre doch diejenige, die das Problem hätte und die das Problem wäre und die krank wäre. Also das heißt, er tendiert dazu, vieles eben auch umzudrehen, wenn nicht sogar alles und das immer so aussehen zu lassen. Alle anderen hätten das Problem, nur er nicht. Alle anderen hätten an irgendetwas Schuld, nur er nicht. Und ihm würde es so gut gehen und er bräuchte keine Hilfe. Ich wurde während der Beziehung, und das ist mir so schnell, wie das vonstatten ging, gar nicht so unbedingt aufgefallen. Ja, weil das auf der einen Seite ein schleichender Prozess war, andererseits ging es auch sehr schnell, das klingt vielleicht widersprüchlich, aber einige, die es vielleicht selbst im eigenen Leib bereits erfahren haben, wissen, wovon ich da spreche, mehr und mehr sozial isoliert. Das heißt also, durch Psycho-Ausraster und Psychodramen von meinen Freunden, von meiner Familie immer mehr und mehr von meinem sozialen Umfeld abgetrennt. Es war auch so, dass es auch dafür gesorgt wurde, dass ich definitiv keinen Kontakt oder so wenig wie möglich Kontakt zu seinem eigenen Umfeld bekomme, zu seinen Freunden, zu seiner Familie, mit entsprechenden Manipulationen, zu denen ich im Einzelnen noch kommen werde, hat auch mit Bedrohung und dergleichen mehr zu tun. Und ja, wie gesagt, es ging mehr und mehr darum, dass es ihm missfiel, dass ich mit anderen Menschen Kontakt habe, und das fing auch relativ zeitnah schon an. Wie gesagt, anfänglich habe ich es nicht so bemerkt, dieser schleichende Prozess, und dass ich immer einsamer wurde und eigentlich irgendwann nur noch meine Arbeit für mich hatte, für die ich existiert habe, und Kontakte nach außen kaum noch stattfanden. Und weil auch immer die Angst da war vor neuen Psychodramen. Mir wurde unter anderem Verhältnisse mit allen möglichen Menschen unterstellt. Mir wurde sogar unterstellt, mit meinem Onkel ein Verhältnis zu haben, nur weil ich mit ihm im Auto gesessen habe. Mir wurde unterstellt, dass ich aufgrund meines Online-Shops, dass ich den nur führe, weil ich dann täglich mit Lieferanten zu tun habe, mit denen ich ein Verhältnis hätte. Dass ich meinen Job generell nur ausübe, um Kontakt zu anderen Männern zu bekommen. Dass ich Verhältnisse hätte mit Freunden von mir. Und dass es sich alles immer nur um Sexualität drehen würde. Und dass, wenn ich alleine zu Hause wäre, würden sowieso ständig Männer bei mir ein- und ausgehen. Ja, das ist, wie gesagt, es fing zuerst ganz klein und harmlos an und wurde dann zu einem riesigen, aufgeblähten Ballon. Und der immer drückender auf mir saß und mich immer mehr in diese Isolation drängte. Dann kam auch hinzu, dass, wenn ich zum Beispiel zu einem Geburtstag von einer Freundin von mir gehen wollte, gab es Theater, du läufst geschminkt rum, du hast einen kurzen Rock an, du hast einen tiefen Ausschnitt und da auf dem Geburtstag laufen andere Männer rum und dann wirst du danach herumgereicht oder du gehst da mit sämtlichen Männern mit. Also es wurde zunehmend wirklich schwerer und anstrengender, das Ganze auszuhalten. Und ich habe mich nicht nur einmal mit dem Thema Trennung beschäftigt, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal. Nur das Thema Trennung ist bei diesen Menschen gar nicht so einfach gewesen. Denn, wie gesagt, ich habe sehr viel Psychoterror hier erlebt und erlebe ihn teilweise immer noch trotz Trennung. Und was mir lange Zeit eine Trennung gar nicht so leicht gemacht hat. Und es auch sehr, 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 sehr viele bedrohliche Situationen gegeben hat. Und in Sachen Bedrohung, was eine Trennung betrifft, da hatte ich es auch in einem Beispiel, was häufiger mal vorgekommen ist, wenn es um seine Sachen abholen ging, dann kam immer sofort ein Freund von ihm mit ins Spiel, den er benannt hat, der bei mir bis vor einiger Zeit noch in der unmittelbaren Nachbarschaft eine Straße weitergewohnt hat, wo es dann hieß, den bringe ich als Zeugen mit. Und wenn ich den mitbringe, dann wirst du noch dein wahres Wunder erleben. Du wirst dir wünschen, niemals geboren worden zu sein. Und dieser besagte Freund wurde auch regelmäßig mit ins Spiel gebracht, wenn es darum ging, dass ich hier in diesem Stadtteil beobachtet werde, dass alles mitbekommen wird, was ich hier mache, mit wem ich mich treffe und dass dieser Freund halt eben ihm alles mitteilt, was er mit mir hier so beobachtet. Und natürlich hat er auch ein Problem damit, mit meinem Beruf, dass ich im öffentlichen Bereich arbeite, über die sozialen Netzwerke, dass ich einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal habe, Instagram, Facebook und so weiter. Und dass es für mich auch, ja, stets weiter bergauf geht und dass ich meinen Weg gehe und dass ich, ja, so wie man es nennen kann, vielleicht auch etwas erfolgreich bin und, ja, Anerkennung bekomme. Und er hatte damit von Anfang an schon relativ schnell ein ganz, 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 ganz großes Problem. Ich sollte vielleicht hinzufügen, dass es bei ihm beruflich nicht so rund läuft. Er selbst bezieht Hartz IV, er geht nicht arbeiten. Er sieht aber auch jetzt nicht unbedingt eine Anstrengung, etwas daran ändern zu müssen, während ich mehr und mehr eine Sieben-Tage-Woche teilweise dann eben erlebt habe und es für mich so umgesetzt habe, ja, um vor meiner Selbstständigkeit halt auch leben zu können und meine ganzen Projekte umsetzen zu können. Und, ja, ihm missfiel das halt, dass ich in der Öffentlichkeit zu sehen bin, dass ich meine Videos mache, dass ich auch Fotos bei Instagram zum Beispiel hochlade und dass eben andere Menschen mich sehen können. Und genau dann, ja, auf diese Art und Weise begann dann halt eben auch die öffentliche Diffamierung, die öffentlichen Beleidigungen. Und brutal wurde es auch im Privaten. Und ich werde gleich Stück für Stück einzelne Sachen vorlesen. Ich werde einzelne Sachen einblenden, um das ganze Ausmaß im Einzelnen so ein bisschen, ja, an die Öffentlichkeit zu tragen, was ich hier seit dreieinhalb Jahren durchmache. Ein weiteres Thema neben der Gewalt, oder eigentlich vielmehr ist es Teil der Gewalt, ist das Thema totalitäre Überwachung nach wie vor, auch Stalking genannt. Und ich werde ein paar Einzelheiten mal schildern. Es ist zum Beispiel so, dass eine Situation, ich habe ihn nicht darüber informiert, dass ich mich mit meiner Tante zum Beispiel treffen wollte an dem einen Tag. Und er konnte im Anschluss sagen, dass ich mich mit ihr getroffen hatte. Er konnte sagen, was ich für Kleidung anhatte. Und er konnte sagen, wo ich mich mit ihr getroffen hatte. Also alles so Punkte, über die ich ihn vorher nicht informiert hatte, die er dann plötzlich wusste. Kann man noch vielleicht sagen, Zufall, vielleicht ist er gerade zufällig am selben Ort spazieren gegangen. Meinetwegen. Das erklärt aber nicht einige andere Punkte. Zum Beispiel ein Freund von mir, den ich seit Geburt kenne, über den, also ich habe auch zugesehen, dass ich immer weniger über Freunde von mir und Familie von mir ihm gegenüber an Informationen übermittle, weil es wirklich so eine totalitäre Überwachung und auch Kontrolle über mich geben sollte. Und er das zumindest versucht hat. Und über diesen Freund, ja, habe ich mit ihm eigentlich nicht wirklich geredet. Ich kann mich nicht daran erinnern, auch nur irgendeine einzige Information über ihn gegeben zu haben. Und ganz plötzlich wusste er, er hat mich darauf angesprochen, was hat es mit diesem XY auf sich. Also er wusste den vollständigen Namen, er wusste die Körpergröße, er wusste die Tätowierungen, er wusste, wo dieser Mann arbeitet und er wusste eine ganze Menge über ihn. Und das sind so Dinge, ich habe ihn gefragt, sag mal, hast du deine Profile in den sozialen Netzwerken zufällig auf öffentlich gestellt? Nein, die sind die ganze Zeit privat. Ja, und woher weiß der dieses und jenes über dich? Ja, das kann ich dir nicht sagen, ich bin selber entsetzt, wie kommt er an diese Informationen ran? Also es sind so Ungereimtheiten, die einfach da sind. Ein weiteres Thema ist, er wusste regelmäßig, mit wem ich telefoniert habe, mit wem ich über WhatsApp Kontakt hatte oder anderweitig Kontakt hatte. Dinge, die er nicht wissen konnte, weil ich ihm das natürlich nicht ständig verraten habe oder verraten wollte, wann ich mit wem telefoniert habe. Also mein Handy verfügt über einen PIN, das heißt also, man konnte da auch nicht einfach drauf zugreifen, ohne das technisch zu manipulieren. Und es sind halt einfach so Ungereimtheiten oder auch, dass er plötzlich an eine Telefonnummer von einem langjährigen Freund von mir kommen konnte, die ich ihm nicht gegeben habe. Mein langjähriger Freund sowieso schon mal gar nicht, weil nämlich immer weniger Leute zu ihm Kontakt haben wollten. Und das relativ zügig, eben von seiner Seite her auch, er überhaupt gar keinen Kontakt zu meiner Familie und zu meinem Umfeld haben wollte, zu meinen ganzen Freunden, von Anfang an nicht. Und ja, das sind einfach so Ungereimtheiten mit ganz vielen Fragezeichen, wie er immer mehr wie eine Krake sich mittels Kontrolle durch mein Leben gefressen hat und an immer mehr Daten rangekommen ist, die ich ihm nicht frei zur Verfügung gestellt habe und wo man sich einfach Fragen stellt. Es kam zu immer mehr Situationen und Dingen, die ihm an mir missfielen, weshalb er relativ schnell dann auch ausgerastet ist und ich sozusagen die Hölle auf Erden erlebt habe, bedrohliche Situationen, beängstigende Situationen. Und ich kann mich ganz gezielt an eine Sache erinnern, weil er immer meinte, eben irgendetwas, was ihm an mir missfielen, müsste er abstrafen. Es war an einem Geburtstag von ihm und er war sehr stark alkoholisiert. Ob weitere Drogen im Spiel gewesen sind, das kann ich nicht behaupten, weiß ich nicht. Von seinem hochaggressiven Verhalten kann es vielleicht so sein. Auch tagelanges Wachbleiben kann so sein. Er hatte an dem Abend ganz plötzlich ein Foto von mir auf Instagram entdeckt, was ich an dem Abend noch hochgeladen hatte. Und ein Foto von mir mit einem Rehkitz drauf, was andere Leute ganz offensichtlich recht toll fanden. Und er schoss durch die Decke, was mir einfiel, dieses Bild hochzuladen. Und er rastete komplett aus, er beleidigte mich, er brüllte mich an und er stapfte wie von einer Tarantel gestochen durch die Wohnung, kramte in seinen Sachen rum, meinte er wollte unbedingt gehen, ging aber nicht. Und brüllte immer weiter, beleidigte mich immer weiter und es kam zu keinem Ende. Es war mitten in der Nacht, ich musste am nächsten Morgen früh raus, weil ich arbeiten musste. Und ich hatte irgendwann so dermaßen die Schnauze voll, dass ich seine Sachen packte, mit wenigen Handgriffen und sie einfach ins Treppenhaus warf, weil ich so die Schnauze voll hatte und diese Situation zügig beenden wollte. Habe dann noch versucht, ihn aus der Wohnung zu schieben und er hatte zu diesem Zeitpunkt gerade versucht, seine Schuhe anzuziehen und hatte so einen langen, metallischen Schuhanzieher in der Hand. Und wie gesagt, ich habe ihn aus der Wohnung geschoben und wollte gerade die Tür zudrücken. Und er stieß sie dann auf und es erinnerte mich an eine Situation, die ich bereits mal in meinem Leben hatte. Ich habe diese Tür fast an den Kopf bekommen und er stürmte in die Wohnung, stürzte auf mich zu, drückte meine Oberarme ganz dicht an meinen Oberkörper ran, sodass ich mich nicht wehren konnte und mich nicht richtig bewegen konnte, schob mich den ganzen Flur entlang und holte dann mit diesem metallischen, langen Schuhanzieher aus. Und ich dachte in dem Moment, dass er mir jetzt jeden Moment den Schädel zertrümmert. Und es war äußerst bedrohlich, äußerst beängstigend. Und ich habe geschrien wie am Spieß, hatte gehofft, die Nachbarn reagieren. War natürlich nicht so und hatte wirklich panische Angst gehabt, was jetzt an diesem Abend dann noch passiert. Er nahm den Schuhanzieher dann irgendwann runter und hielt ihn dann so vor mir, sodass ich gedacht habe, so jeden Moment, wenn er jetzt nach vorne stürzt damit, dann sticht er mir ein Auge aus und das war es dann. Und es war wirklich eine ganz, ganz furchtbare Situation. Und ich hatte auch die Tage danach überhaupt keine Ruhe. Ich wurde ein bis zwei Wochen nahezu täglich drangsaliert, terrorisiert. Und es gab, ich wurde auch massiv unter Druck gesetzt und das machte er auch regelmäßig. Und es gab auch in regelmäßigen Abständen Suizidandrohungen von ihm. Es gab in regelmäßigen Abständen Bedrohungen, mich und mein ganzes Leben zerstören zu wollen. Und das war halt immer so der Punkt. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich zu trennen oder angefangen habe, mich von ihm zu distanzieren, kamen immer häufiger sehr, sehr bedrohliche Situationen zustande. Es gab Erniedrigung, Beleidigung, Bedrohung und dergleichen mehr. Und es blieb halt eben nicht privat, es wurde auch öffentlich. Während der Beziehung kam es auch vor, dass einige sehr unangenehme Fotos von mir gemacht wurden, ob ich das wollte oder nicht. Ich wurde heimlich im Schlaf fotografiert. Ich wurde fotografiert, wenn ich morgens aufgewacht bin und ziemlich durchgewühlt ausgesehen habe. oder in sehr vielen anderen komprimittierenden Situationen. Und es kam dann, diese Bilder wurden auch bei meinen Aufforderungen nicht gelöscht. Sie existieren sehr wahrscheinlich immer noch. Und es kam dann auch dazu, dass immer gewitzelt wurde, man sollte diese Bilder doch mal in Umlauf bringen. Man sollte die Bilder doch mal veröffentlichen, damit jeder sieht, wie scheiße ich aussehe und wie widerwärtig ich doch bin. und wie ich eigentlich wirklich aussehe ohne Schminke und wie ich denn privat so wäre und wenn ich denn direkt aus dem Bett falle, wie ich denn so aussehen würde, wie jeder andere Mensch auch, wenn er aus dem Bett fällt. Aber es ist halt eben so eine Sache von, man kann es eigentlich schon Erpressung nennen und immer so diese unterschwellige Bedrohung. Ich könnte Dinge von dir veröffentlichen, wenn du nicht spürst, wenn du nicht das machst, was ich von dir abverlange. Und wenn du Dinge tust, die mir missfallen, ich habe Bilder und Videos von dir in der Hand, die ich jederzeit in Umlauf bringen kann. Und das zu dem Punkt. Und es kam dann auch zu Situationen, die ich mir am liebsten erspart hätte, wo mein Vertrauen gnadenlos ausgenutzt wurde. Und das Schlimmste, was man einer Frau überhaupt nur antun kann. Ich musste irgendwann eines Abends feststellen, dass Nacktfotos von mir in Umlauf gebracht wurden online und ich auf die schlimmste Art und Weise gedemütigt und erniedrigt wurde von ihm. Es sind auch noch sehr, sehr fiese Kommentare dazu geschrieben worden, die auch in Umlauf gebracht wurden über Speckrollen und keine Ahnung was. Und er wusste zu dem Zeitpunkt darüber Bescheid, dass ich bereits in meinem Leben vor sehr, sehr vielen Jahren sexualisierte Gewalt erfahren habe. Das heißt, er wollte ganz mit spezieller Absicht in die schlimmste Kerbe meines Lebens schlagen und mich auf die schlimmste Art und Weise erniedrigen, demütigen und verletzen, wie es schlimmer nicht passieren kann. Und ich meine, es ist generell für absolut jede Frau ein absolutes Horrorszenario, wenn sie so etwas über sich mitbekommt und feststellt, dass es zu dem dann auch noch der Lebenspartner ist, der das veranstaltet, also zu dem man das allergrößte Vertrauen theoretisch haben sollte und müsste. Und wenn man aber dann auch noch eine Frau ist, die zudem in der Öffentlichkeit arbeitet und mehrere tausend Leute im fünfstelligen Bereich in der Followerschaft sind, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Tragweite und eine ganz andere Reichweite. Und gerade dann eben auch noch mit meinem Hintergrund. Also man kann es wirklich an Dreistigkeit und an Abartigkeit wirklich überhaupt nicht mehr überbieten, was damit angerichtet wurde. Und wie gesagt, je weiter ich mich von ihm distanzierte, wenn ich selber versucht habe, Trennungen anzustreben, er inszenierte oft Trennungen, um zu testen, wie ich reagiere, aber es kamen dann immer wieder zu sehr bedrohlichen Situationen, um mir zu zeigen, zu was er in der Lage ist, wenn ich Dinge tue, die ihm missfallen, wenn ich versuche, mich von ihm zu trennen oder irgendetwas dergleichen mehr. Es sind zahlreiche Attacken gegen mich über auch private Nachrichtensysteme, unter anderem WhatsApp, auch Instagram ist vorgekommen, E-Mail vollkommen. Ich habe mich juristisch beraten lassen, es ist so, es ist eine Grauzone, das als Beweis einzublenden, auch wenn ich Namen und Telefonnummern zensiere, ist so eine Sache, weil es halt eben private Nachrichtensysteme sind. Andere Dinge werde ich gleich noch einblenden, gewisse Dinge. Möchte mich nicht juristisch in die Nesseln setzen, lese ich einfach vor, muss reichen. Eine Mongoloide Fotze wird sich heute, morgen und ihr trostloses weiteres Leben lang ganz traurig in ihrem Bett zusammenrollen und sich fragen, ob das alles noch sehr viel Sinn macht. Tschüss, das Leben. Danke für die 10 Promethazin und die zwei Tampons, da läuft einem die Soße wenigstens nicht aus der Nase, wenn man dein Medikament missbraucht. Hoffentlich hat man dich bereits weggefangen auf dem Weg nach Hause. Dein Scheiß geht jetzt übrigens den Bach runter, da du mir so dermaßen verachtend entgegengetreten bist, kommt dir das nur zugute. Dein Leben ist nur die Schande und du auch. Ekelhaftes Stück Scheiße. Na, hast du dich wieder bei allen eingeschleimt und musstest dann doch wieder allein nach Hause nach dem Outdoor stricken? Wieder keinen abbekommen? Los, Romy, du schaffst das. Nicht vorhandene Titten raus, Netzstrümpfe an, ekelhaft lackierte Nägel, schwachsinnige Schuhe und die Männer geil machen. Los, Romy, los, du kannst es. Das, was du mir die ganze Zeit antun wolltest, werde ich nun selber machen. Du bist schuld, merk dir das. Das hässlichste ever. Gewisse Dinge kannst du dir nicht wegtherapieren. Sie werden immer da sein. Dein Peiniger von damals zum Beispiel. Und auch ich werde immer da sein. Schön die Polizei anrufen jetzt. Ich habe viele Dinge gegen dich in der Hand, von denen du vermutlich noch nichts wusstest. Alter Schwede, dass du so abgebrüht bist, hätte ich nicht zu denken vermocht. Du triffst dich mit einem Typen, das war ein Freund von mir, mit dem ich zum Spazieren verabredet war, und blockierst mich währenddessen auf Handy und Festnetz. Was das für unsere Zukunft zu bedeuten hat, steht außer Frage. Die, die immer am lautesten geschrien hat, fickt fremd. Ich bin fassungslos. Möge man dich zu Tausenden in der Hölle vergewaltigen. Mongo-Fotze, du bist das größte Arschloch der Welt. Ey, Romy-Fotze, wir werden keine Freunde mehr. Du Arschloch, hast es übertrieben. Wer fremdfickt, wird die Konsequenzen dafür tragen müssen. Gefährderansprache. Du hast mein Leben zerstört, und ich werde deins zerstören. Sag mir nur eins, solltest du auch nur ansatzweise Ehre und Anstand haben, wie lange geht das schon mit euch? Ich werde einen Aids-Test machen und mich auch auf andere Sachen testen lassen. Nutte. Vertragen sich drei Promiller und zwei Promethazin? Ich hoffe doch. Wenn nicht, hast du mich auf dem Gewissen. Alle wissen Bescheid, was du getan hast. Viel Spaß noch beim Chatten mit der Name von einem Freund von mir und deinem neuen, du Arschloch. Ey, verlogenes, durchtriebenes Stück. Halte bitte alle meine Sachen, die noch bei dir sind, am Mittwoch bei dir zur Abholung bereit. Bis dahin wünsche ich dir geschwollene Finger vom Tippen, einen schmerzhaften Arm und sehr hohes Fieber. Gut, dich nie wieder ertragen zu müssen. Haha, warum denkst du, ich würde einer selbstverliebten, kriminellen, drogenabhängigen und somit erbärmlichen Hexe hinterherlaufen und Aufmerksamkeit erregen wollen? Wer hier verzweifelt ist, liegt auf der Hand. Permanent online sein, um zu gucken, ob ich dir was geschrieben und dich freigegeben habe. Ja, das ist mein neu gewonnenes Selbstbewusstsein. Deins hingegen nimmt wieder rapide ab. Romy Fischer versucht ständig die Dominanz auszuüben, die ihr angeblich angetan wurde. Männer sind nur noch nützlich und nicht liebenswert, gell? Sowas wird einem ja in so sinnvollen Ergotherapien beigebracht, wenn sich zwei verletzte Mädchen gegenseitig Lebensmut zusprechen wollen. Du hast in den letzten Wochen alles dafür getan, Liebe zu zerstören. Pampig, ausfallend, zickig und unverschämt sind jetzt die neuen Worte, wenn dir andere Argumente ausgehen. Übrigens war der Sex mit dir der langweiligste meines Lebens. Mit einer beschmutzten Frau zu schlafen, die die Augen schließt und an wen anderes denkt, lässt keine Lust mehr aufkommen. Deshalb fiel es mir oft zu schwierig zu kommen bzw. überhaupt zu erigieren. Auch noch nie zuvor eine Frau mit so viel untenrum Problemen, fiesem Geruch und generell permanenten Krankheiten kennengelernt. Einfach nur ekelhaft und erbärmlich. Diese Selbstverliebtheit ist so offensichtlich, dass man schon wieder darüber lachen muss. Erst war es der Weihnachtsmarkt, dann die angebliche Hekelsaison. Du willst einfach nur Geld und gehst um jeden Preis über Leichen dafür. Mich wundert, dass es noch keinen Spermaraub deinerseits gab. Schön die Soße unten reinschmieren, wenn der Kerl es nicht mitbekommt und dann lebenslang zusätzlich Almosen kassieren. Letztendlich würdest du einfach nur gern dich selber, also Romy, ficken. Dann tu es, fick dich. Im Nachhinein betrachtet hat mir kein Mensch so sehr geschadet wie du. Und wofür? Für nichts. Deswegen hattest du auch nie längere Beziehungen. Die Menschen haben schnell erkannt, dass man Hexen nur missbrauchen und oder ausnutzen kann. Am besten auf den Scheiterhaufen damit. Du bist krank. Sehr krank. Deshalb versuchst du auch viele Dinge mit Knutschern, Einhörnern und angeblicher guter Laune im Internet zu überspielen. Irgendwelche Hekeltanten und klassische Online-Follower nehmen dir das vielleicht ab, aber Menschen, die dich kennen, sehen sofort die arme Gestalt hinter Romy Fischer. Was dir jetzt noch bleibt, sind deine Gedanken, wie du mir polizeilich und juristisch schaden kannst. Überlege genau, ob du das wirklich möchtest. Viel Erfolg. Bin gespannt, wie du ein adäquates Echo verträgst. Erstmal einen runterholen auf irgendwelche Followerzahlen, aktuellere Statusfotos und die hilfreichen Hände, nicht wahr? Dankeschön. Ach nee, Hausarbeiten dauern ja bei dir eher Tage als Stunden. Spritzt du ab, wenn ich dich kurzzeitig freigebe? Zeigt natürlich auch die psychische Umnachtung dieses Menschen. Schlaf gut, ich habe vorhin mal deine Kürbissuppe einem Bekannten mitgegeben. Der ist Lebensmittelanalyst und Chemiker. Schon komisch, dass ich die Literweise von dir bekomme, während du davon nichts isst, aus Gründen. Wenn du mich vergiften wolltest, bekommen wir es zeitnah raus. Was du mir angetan hast, bekommst du zurück. Ich wünsche, dass du nie wieder Kontakt zu mir aufnimmst, nie wieder. Du hast verkackt auf Lebenszeit. Was du mir angetan hast, bekommst du zurück. Kannst du gleich wieder der Polizei plappern, Würstchen. Und das ist wirklich nur eine kleine Auswahl davon. Und das ist so, wenn ich ihn bei WhatsApp blockiere, dann geht es per E-Mail weiter. Wenn ich da einen Filter drüber lege, dass von einer bestimmten E-Mail-Adresse nichts mehr durchkommt, dann wird eine neue E-Mail-Adresse genommen. Oder es geht über Instagram weiter, es geht über YouTube weiter. Und somit ist das Ganze nämlich in die Öffentlichkeit getragen. Ich kann vereinzelt hier auch nochmal was einblenden. Das sind dann nämlich öffentliche Geschichten. Es werden zahlreiche Fake-Accounts seit dreieinhalb Jahren erstellt. Wie gesagt, auch schon während der Beziehung. Es geht seit der Trennung aber auch stetig weiter. Im ein- bis drei-Wochen-Rhythmus. Es kann sein, dass ich morgens aufwache. Wie gesagt, es geht seit dreieinhalb Jahren so. Es kann sein, dass ich morgens aufwache. Und 30 bis 40 Fotos in meinem Instagram-Account sind mit Kommentaren zugepflastert, wo Hashtags verwendet werden. Das war vor langer Zeit irgendwie Hashtag-Porno, Hashtag-Erotik, Hashtag-Keine-Ahnung-was-dergleichen. Und wer sich auch nur am Ansatz mit Hashtags, mit der Verwendung Hashtags auskennt, mit Algorithmen, und der weiß, dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt und dass ich das noch und nöcher löschen kann, ist wurscht. Es gibt Folgen entsprechende und es ist halt einfach nicht witzig. Oder ich wache einen anderen Morgen auf und 30, 40 Fotos sind zugeschmiert in den Kommentaren mit Diese Frau sucht einen Samenspender und keine Ahnung was. Es ist einfach nicht witzig und es ist lästig, wenn man morgens aufwacht und seinen Arbeitstag beginnen möchte und man muss erstmal eine halbe bis dreiviertel Stunde damit zutragen, die ganzen Kommentare zu löschen und diese Fake-Accounts zu blockieren. Und sobald die blockiert sind, sind wieder 20 neue entstanden und es geht ewig so weiter. Zudem ist es so, dass er ja eben aufgrund dieser totalitären Überwachung von mir auch meine ganzen Häkel- und Strickvideos konsumiert und meine ganzen Anleitungen konsumiert. Und aufgrund dessen sind so eine ganz psychoartige... Er hat es halt angenommen, so diese Häkel- und Stricksprache zu verwenden oder so eine Handarbeitssprache irgendwie drauf zu haben. Und er gibt sich mit seinen Fake-Accounts teilweise mittlerweile auch als handarbeitserfahrene Person aus, die davon abrät, in den Kommentaren diese Anleitung nachzuarbeiten oder das Material in meinem Shop zu kaufen. Es sind immer wieder vereinzelt irgendwelche Kommentare, die ich lösche und Accounts wieder blockiere. Und teilweise... Also ich kann es eindeutig ihm zuordnen. Das eine Mal hat er auch ein Foto von meinem Kater in dem Fake-Account verwendet. Erkenne ich daran, auch wenn das Gesicht weitestgehend verdeckt war von der Katze auf dem Bild. Mein Kater hat eine sehr markante Erscheinung im Gesicht. Ein sehr markantes Merkmal im Gesicht. Und das habe ich dort definitiv wiedererkannt. Und von daher... Und generell... Ich erkenne es auch an der Art zu schreiben, Grammatik und so weiter und so fort. Ich erkenne es einfach. Und ich weiß, was seine Fake-Nummer ist. Und ich weiß, was von irgendjemand anderem kommt, der mich auch ganz gerne mal kritisieren möchte. Ich habe ja nichts gegen Kritik einzuwenden. Aber wenn ich terrorisiert werde, dann macht es halt einfach keinen Spaß. Und wenn es darum geht, an meinem Stuhl zu sägen, den ich mir aufgebaut habe, und meinen beruflichen Stuhl, meine Existenz zu versuchen zu vernichten, Leute davon abzuhalten, Anleitungen von mir nachzuarbeiten oder mal im Online-Shop einzukaufen, um mich zu diffamieren und mich beruflich auf... Ja, keine Ahnung wie zu versuchen zu vernichten oder so, dann ist es einfach nicht mehr witzig, irgendeine Existenz, die aus dem Nichts über mehrere Jahre aufgebaut wurde, da irgendwie in Schutt und Asche legen zu wollen, hinzukommt, dass über die ganze Zeit hinweg mehrere Fake-Bestellungen von ihm mit seinem richtigen Namen, mit seiner richtigen Adresse mal im Online-Shop aufgegeben wurden, überwiegend Unikate bestellt wurden. Das heißt also, dass die nicht mehr im Online-Shop dann verfügbar waren. Die standen dann mit der Notiz ausverkauft. Und das bedeutete, dass für reale Kunden diese Artikel nicht mehr zugänglich waren und insgesamt hat er weit über 10.000 Euro Bestellung aufgegeben und das heißt, dass diese Artikel im Gesamtwert von weit über 10.000 Euro für reale Kunden so lange nicht verfügbar waren, bis ich die Bestellung festgestellt habe und das alles rückgängig gemacht habe. Das heißt also, mir ist mittlerweile ein immens hoher Schaden entstanden, mal abgesehen von den Leuten, die er vielleicht mit seinen Fake-Accounts und Kommentaren davon abgehalten hat, Anleitungen von mir zu konsumieren und nachzuarbeiten oder vielleicht gänzlich abgehalten hat, in meinem Shop zu bestellen. Zudem ist es so, dass mittlerweile auch Kollegen von mir kontaktiert werden. Einer davon ist Kümer von Kümer Tutorials, der sich auch bei mir gemeldet hat. Ich blende auch hier mal diverse Sachen ein, wo ich mit Kommentaren in seinem Account diffamiert werde, also wo mein Name benutzt wird, um mich mit ganz beknackten Sachen schlecht zu machen. Kümer hatte mir ein Screenshot irgendwann mal davon geschickt und mir gesagt, was ist denn das für ein Psycho, was will der von mir? Das ist ja ganz merkwürdig, wo ich ihm dann irgendwann auch gesagt habe, naja, das ist mein Ex. Es gab im Vorfeld auch Nachrichten, die er über private Nachrichten auf Instagram von ihm bekommen hat, wo er auch angepöbelt wurde wegen Nichtigkeiten, wo ich ihn auch ganz klar wiedererkannt habe. Einfach aus dem Grund, weil er Kontakt zu mir hat. Und das ist halt eben das Problem. Es geht darum, Leute von mir wegzubeißen, die mit mir in Kontakt stehen. Eventuell vielleicht etwas, was ich nicht weiß, es kann auch sein, dass Firmen, mit denen ich zusammenarbeite oder zusammengearbeitet habe, wo ich Garne mit von verwende oder andere Materialien, dass die vielleicht auch schon kontaktiert wurden oder andere Kollegen von mir, andere Designer. Ich weiß es nicht, was sonst noch hinter meinem Rücken gelaufen ist. Es meldet sich ja mit Sicherheit auch nicht jeder bei mir und sagt sich ja hier, ich habe ganz komische Nachrichten bekommen oder ganz komische Kommentare. Das Perfide an der ganzen Sache ist, dass er es wirklich perfekt schafft, auf eine sehr manipulative und dadurch auch sehr erfolgreiche Art und Weise, sich als die Unschuld vom Lande zu verkaufen. Ich habe es am eigenen Leib erlebt, wenn man ihn zur Rede stellt. Ich war das nicht, das sind immer die anderen. Du warst das, ich habe nichts gemacht, ich habe dieses und jenes nicht angestellt. Es kommen Tränen per Knopfdruck wirklich ganz perfekt einstudiert. Und wie gesagt, er kann es wirklich sehr überzeugend rüberbringen. Äußeres Erscheinungsbild, so wie Schwiegermamas Liebling und ein bisschen mit Augenklimpern. Und es fallen wirklich einige Leute drauf rein. Ich bin es auch einige Zeit lang. Und ja, es würde nie einer im Traum darauf kommen, wie er hinter verschlossenen Türen mit mir die ganze Zeit umgegangen ist. Ich habe teilweise, es gab Phasen, wo ich noch nicht mal mehr meinen Vornamen zu hören bekommen habe. Es gab nur noch Ausdrücke wie Fotze, Nutte, Hure, Stück Scheiße, Verrecke, Stirb. Ich will, dass du verreckst. Ich will, dass du unter Qualen stirbst. Ich will, dass du tot bist. Und all solche Sachen. Ich habe ja anteilig auch vereinzelt ein paar Sätze mal vorgelesen, die darauf hindeuten, wie er mit mir umgegangen ist. Und dass er mir nicht selten eben auch den Tod an den Hals gewünscht hat. Und ja, was halt eben dann sehr bedrohlich rüberkommt. Und wenn man ihn so sehen würde, würde man das nie glauben, dass er zu so etwas fähig ist. Und ich habe leider Gottes ihm einige Chancen gegeben. Ich hätte am besten gleich beim ersten Mal die Flucht ergreifen sollen. Ja, man weiß es dann. Man ist ja im Nachhinein dann erstmal schlauer. Und nachdem man sich dann ganz böse die Finger dran verbrannt hat. An einer anderen Stelle hier in dem Video kam ja bereits mein Medikament zur Sprache. Durch ihn in einem seiner Nachrichten. Ja, es ist ja so, wie ihr bereits ja schon wisst, weil ich das ein paar Mal schon zur Sprache gebracht habe, dass ich halt eben mit Panikattacken zu tun habe. Und innerhalb, während und auch nach der Beziehung halt eben häufiger sowieso mit Panikattacken zu tun hatte. und sporadisch halt eben auch zu einem Medikament greifen musste und nach wie vor muss, wenn es hart auf hart kommt. Und er hat das halt immer auch genutzt, um mich zu erniedrigen. Du bist so schwach. Und guck mal, du bist diejenige von uns beiden, die psychisch krank ist, die schwach ist, die widerwärtig ist und nicht ich. Und es wurde immer so gegen mich ausgespielt und das als Argument verwendet, wie krank ich im Gegensatz zu ihm bin. Und dass ich widerwärtig bin, dass ich ein schwacher Mensch bin und dass ich nichts hinkriege. Ja, zudem gab es mehrere Anteile, weshalb es ewig, was heißt ewig, aber weshalb es ein wenig länger gedauert hat, bis ich mich zur endgültigen Trennung habe überwinden können. Zum einen, ja, wie gesagt, es war Angst mit im Spiel. Es war eine sehr, sehr große Portion Scham mit im Spiel. Ich habe mich immer weniger getraut, mich anderen Leuten gegenüber zu öffnen, was mir passiert ist, weil ich immer Angst hatte vor blöden Sprüchen. Warum wehrst du dich nicht richtig? Oder irgendwas. Es ist halt sehr, sehr unangenehm, über solche Dinge dann auch öffentlich zu sprechen, auch mit Freunden und Familie. Und ja, weil halt auch immer wieder was passiert ist, wenn ich versucht habe, mich zu trennen und ich halt eben die Bestätigung auch bekommen habe, dass eine Trennung nicht problemlos oder für mich nicht konsequenzenlos bleiben wird. Und ich habe während dieser Beziehung eine Menge Selbstachtung verloren, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Ich habe unglaublich viele Federn gelassen und bin seelisch auf allen Vieren aus dieser Beziehung rausgekrochen. Und bin aber froh, dass ich es jetzt mittlerweile geschafft habe, schon seit längerer Zeit und dass ich einiges an Lebensqualität wieder zurückgewonnen habe. Und ich werde nie wieder diesen Schritt zurückwagen und nie wieder zurückblicken. So viel kann ich schon mal versprechen. Egal, was für Druck auf mich ausgeübt wird, wie viel Hass über mich ergossen wird oder sonst irgendwie etwas. Soll heißen, ich habe einen komplett neuen Lebensabschnitt begonnen, Gott sei Dank. Und ja, das ohne ihn zumindest versucht. Ich habe versucht, ihn aus meinem Leben zu streichen. Er lässt es nicht zu. Durch das ganze Hickhack, was ich euch bereits geschildert habe, was ich noch hinzufügen möchte. Es gab einige Anzeigen, es gab einige Polizeieinsätze, unter anderem, weil er hier vor meinem Haus randaliert hat. Es gab einen Polizeieinsatz mit Platzverweis und Gefährderansprache. Es gab eine Anzeige wegen der Veröffentlichung oder der Verbreitung der Nacktfotos. Diesbezüglich habe ich mich, ja, in Anführungszeichen, leider Gottes auf den Täter-Opfer-Ausgleich eingelassen. Ich war der Meinung, dass es gut wäre, ja, das außerhalb einer Gerichtsverhandlung zu klären, weil es mir wichtig war, es muss jetzt nicht zwangsläufig irgendeine autoritäre Strafe her, sondern es wäre vielleicht eine pädagogische oder psychotherapeutische Maßnahme zwingend erforderlich und wollte das damit auch erreichen. Es ist vereinbart worden, ich habe diesen Vertrag noch hier, er musste ein Schuldbekenntnis unterschreiben. Das war erst mal wichtig. Also er musste seine Schuld anerkennen und es ging darum, ja, dass er eine Therapie macht bei einem Männertherapiezentrum, wo Männer hingeschickt werden, die zu häuslicher Gewalt tendieren und die häusliche Gewalt ausüben. Es sollte therapeutisch zwischen uns beiden aufgearbeitet werden und er hatte natürlich die Bilder vollständig zu löschen im Beisein der Polizei, die bei ihm dann zu Hause aufgetaucht ist. Die Bilder wurden gelöscht, aber ob nicht vielleicht doch Kopien schon im Vorfeld davon gemacht wurden oder auf irgendwelchen Festplatten schlummern, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann nicht einschätzen, ob diese Bombe nicht jederzeit wieder losgehen wird und hochgehen wird. Am Ende, was ich nicht wusste, ist, dass die Staatsanwaltschaft, wenn so ein Täter-Opfer-Ausgleich, wo beide Parteien eine Vereinbarung treffen und ein Vertrag entsteht, dass die Staatsanwaltschaft dann sofort das Verfahren einstellt und kein Auge mehr darauf hat. Das heißt also, dass nicht mehr kontrolliert wird, ob der Angeklagte, der Beschuldigte, die Vertragsvereinbarung auch wirklich umsetzt. Und es kam zuerst zu einer Totalverweigerung, was ich mitbekommen habe. Ich brauche das alles nicht, ich mache das nicht, ich gehe nicht zu diesem Männertherapiezentrum und ich, ja, Unschuld vom Lande und ich brauche das nicht. Und wir haben es ja jetzt geklärt. Es wurde vielleicht nur ansatzweise 25 Prozent dieser Vertragsvereinbarung umgesetzt. Er ist dann, nachdem es aufgrund einer Suizidandrohung noch zu einer Zwangseinweisung in eine geschlossene Psychiatrie kam, wo er nach 24 Stunden wieder entlassen wurde, hat er das dann halt in der Hinterhalt gehabt, naja, ich gehe jetzt zu diesem Männertherapiezentrum. Und da ist er dann notgedrungen so ein paar Stunden hingegangen, hat dann aber gesagt, nee, ich brauche das nicht, ich breche das jetzt nach ein paar Stunden ab. Und das hat sich für mich jetzt hier erledigt. Das heißt also, letztendlich ist er da sehr glimpflich davon gekommen und es hat keine Konsequenzen dafür gegeben, dass er die Vertragsvereinbarung überhaupt gar nicht wirklich eingehalten hat. Es hat weitere Anzeigen gegeben, zwei Stück. Zum einen, ich hatte angedeutet, Überwachung von WhatsApp, also irgendetwas, dass er wusste, mit wem ich über WhatsApp Kontakt habe oder mit wem ich auch telefoniert habe. Ich habe mittlerweile übrigens ein neues Handy, um gewissen Dingen aus dem Weg zu gehen, falls es mit meinem alten Handy zu tun gehabt haben sollte. Es gab nämlich Hinweise darauf, er könnte vielleicht so eine Spionage-App installiert haben, um mein Telefon zu überwachen, weil er halt regelmäßig wusste, mit wann ich wie auch immer Kontakt hatte. Der Polizist aus der Fachabteilung Cyberkriminalität hat mir aber von Anfang an gesagt, dass er in den wenigsten Fällen von eingezogenen Handys, die er da untersucht, wirklich Ergebnisse findet. Ich habe ihm sehr viele E-Mails und WhatsApp-Nachrichten zur Verfügung gestellt und er ist der festen Überzeugung, dass ich mit technischen Mitteln ausgespäht werde. Aber er hat gesagt, in den wenigsten Fällen findet er dann wirklich auch was auf dem Handy. Es sind dann oftmals andere technische Mittel. Und wenn sie nichts finden, dann können Polizei und Justiz nicht aktiv werden. Und das ist dann am Ende an dieser Untersuchung halt auch so rausgekommen. Es gab keine Spionage-App auf meinem Handy. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin Indizien und Belege dafür, dass diese Überwachung da war oder vielleicht immer noch ist. Und dieser Polizist von der Abteilung Cyberkriminalität, der sehr viele Nachrichten von mir bekommen hat und durchgelesen hat, meinte zu mir, Männer, die häusliche Gewalt ausüben, müssen aber auf jeden Fall mit irgendwas, was man nachweisen kann, was man beweisen kann, auf den Pott gesetzt werden. Und in dem Falle waren es halt eben so Sachen wie Beleidigung, Bedrohung und so weiter. Und er meinte, ich sollte das unbedingt zur Anzeige bringen. Und ich habe mich zuerst so gefragt, eine Anzeige wegen Beleidigung, mache ich mich damit nicht lächerlich? Also das ist so, ich war mir ziemlich unsicher, ob das wirklich so Sinn macht. Und er meinte so, naja, viel erreicht man damit nicht, vielleicht nur eine Geldstrafe. Und da habe ich zu ihm gesagt, die kann er sowieso schon mal gar nicht bezahlen, weil er Hartz-IV-Empfänger ist und daran voraussichtlich in diesem Leben auch nichts mehr ändern wird. Und dann hat er gesagt, naja, wenn man als ALG-II-Empfänger sich strafbar macht und eine Geldstrafe und nicht bezahlen kann, bietet das Gericht an, einen gewissen Tagessatz, weiß ich nicht, 30, 60 oder 90 Tage im Knast abzusitzen. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, Täter-Opfer-Ausgleich hat ja nichts gewirkt, vielleicht dann sowas. Wo soll ich unterschreiben? Dann kam diese Anzeige zustande und er hatte sie auch schon vorbereitet, als ich dort war. Polizisten, die bei mir vor Ort waren, bei einem anderen Polizeieinsatz, hatten auch mit ihren Diensthandys Beweise abfotografiert. Es war alles in den Polizeiakten drin. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, dass das in beiden Abteilungen wirklich in der Polizeiakte drin war, wo ich jeweils eine Aussage machen musste. Bei der Gerichtsverhandlung musste ich dann aber mit Entsetzen feststellen, dass nur noch ein einziger Beleg davon in der Akte war. Auf wundersame Weise sind die restlichen Belege verschwunden. Der Richter konnte sich das nicht erklären, die Staatsanwältin konnte sich das auch nicht erklären. Ich hatte meinen Ordner mitgehabt, wo alles Mögliche drin ist, was ich für diese Gerichtsverhandlung gebraucht habe. Der Richter hat es abgelehnt, das Ganze zu sichten, weil er meinte, nur das, was wir hier in unseren Unterlagen vor Gericht haben, das, was sie jetzt hier mitbringen, das können und dürfen und wollen wir hier nicht verwerten. Das heißt also, die Beweise waren im Gerichtssaal durch mich, aber sie wurden dann doch nicht verwendet und das, was in der Akte hätte drin sein sollen, war nicht drin. Der einzige Fetzen, der noch drin war, war zu dem Zeitpunkt, wo die Gerichtsverhandlung war, verjährt, wie mir der Richter gesagt hat, weil es gilt nur für drei Monate solche Sachen. Und demnach wurde das Verfahren vor Ort dann noch eingestellt und solche Aktionen bringen dann halt Menschen wie ihn dazu, zu glauben, sie können sich sicher fühlen und sie können dann mit Menschen wie mir alles machen. Das hat er mir auch irgendwann mal zu verstehen gegeben, das war nach diesem Täter-Opfer-Ausgleich, das weiß ich noch ganz genau, ich war am Park spazieren und er stand vor mir und er sagte dann zu mir, naja, also zu Anfang hatte ich ja noch Angst gehabt, als du die Polizei ins Spiel gebracht hast, aber als ich dann gemerkt habe, dass die mich gar nicht hart anpacken und dass mir im Grunde genommen ja gar nichts passiert, weiß ich ja, dass ich mich sicher fühlen kann und dann kam wirklich der Originalsatz, ich kann mit dir alles machen, was ich will, mit mir passiert nichts. Ich gehe sowieso leer aus, ein bisschen Fingerkloppe und das war's und ich kann mit dir alles machen, was ich will. Das ist mir dadurch klar geworden. Das sind seine Originalsätze gewesen und sowas kommt natürlich immer dann, wenn er sich unbeobachtet fühlt, wenn keine Zeugen dabei sind und genau deshalb aus solchen Gründen mache ich das Ganze hier öffentlich. Fakt ist, ich will meine Ruhe haben und die habe ich auch nach Beendigung der Beziehung nicht. Ich will in Ruhe gelassen werden und das Ganze muss unbedingt aufhören. Wenn ich zögere nicht, weitere juristische Verfahren anzustreben, sollte ich dazu provoziert werden, sollten weitere Straftaten treffen, weil ich muss mich wehren und ich muss auch damit rechnen, weil das Video natürlich, und er wird es sehen, ihm missfällt und wie ihr ja mittlerweile jetzt auch durch dieses Video wisst, alles, was ihm missfällt, was ich tue, was ihm missfällt, wird gnadenlos auf eine sehr brutale Art und Weise abgestraft. Das heißt also, ich muss jetzt jeden Moment mit irgendwelchen Repressalien rechnen. Ich kann nicht einschätzen, wie seine Unberechenbarkeit dem Moment dann jetzt aussehen wird. Es kann sein, dass er mittels Fake-Profilen irgendetwas macht, aber dadurch, dass jetzt wahrscheinlich irgendeine erhöhte Aufmerksamkeit auf meinen Kanälen ist, kann es sein, dass er sich das verkneift. Es kann sein, dass jetzt hier jederzeit die Tür eingetreten wird. Ich habe keine Ahnung, was demnächst jetzt hier passieren wird, wenn ihr dieses Video sieht. Fakt ist, ich muss irgendetwas tun. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen und das alles mir gefallen lassen. Ich möchte nicht noch die nächsten zehn Jahre damit verbringen, regelmäßig, stundenlang irgendwelche zugepflasterten Fotos zu bereinigen auf meinen sozialen Netzwerken oder Videos und blockieren, blockieren, blockieren. Es ist ermüdend. Es muss einfach aufhören. Ich will meine Ruhe haben. Ich will ein ganz normales, neues Leben führen, ohne diesen Mann in meinem Leben. Und es muss jetzt einfach Schluss sein.